Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Best-of-React mit dem ganzen Team Peetsmeet natürlich und heute ist ein spezieller Tag, denn wir schauen uns das Best-of von Mango an, das erste Best-of quasi, was er auf dem Best-of-Peetsmeet-Channel hochgeladen hat. Der kann sich warm anziehen, denn ich habe Schere. Es wird kein klassisches Best-of sein, der Hashtag Memesmeet ist bereits im Titel, das ist jetzt Mangos Art, für manche vielleicht neu, er hat das mit der Community zusammen gemacht, in Livestreams, die auf unserem Twitch-Channel stattfinden und wir wissen jetzt schon, dass es sehr gut angekommen ist mit den Likes. Was hast du gesagt, Jay? Hoffentlich ist Mango keine Gurke. Wow! Okay, kann nur bergauf hin. Können wir bitte das lustige Video anmachen? Ich finde, das ist ein solides Wortspiel, also wenn dir das nicht so kacke vorgetragen hätte, wäre das besser gewesen. Okay, schnell. Mehr Enthusiasmus. Ja, das hat Peter's nicht gebraucht. Hohmann, stimmt mit dir nicht! What? Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Peetsmeet-Fig... Fuck! Fuck! Aller aus dem Team Peetsmeet-Fig... Ja, wie würdest du es sagen? Fick... Fickt... Ja, siehst du? Fickt... Das Haar... Das Haar... Das Haar... Das Haar... Ne... 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 Ja, man... ... ne... Ist die Täter sind meist psychisch krank. Ja, dann glaub ich auch. Dann triffst du keine Schuld! Oh, na�, Patient war kerngesund! Huuuuuuuu. Wer heißt denn mit Nachnamen Vanille?! Ja, keiner heißt so! auch so. Wer heißt denn Kesselbach? Ja, genau. So sieht's aus. Nennt einen dunklen Ort. Sebastian. Ostdeutschland. Ja, moin. Ich hab einen näher gespottet, ne? Hier oben. Hmmmm. Wo, wo, wo? Das ist so wieder... Aaaaah, ich war voll. Warte, ey. Ihr tost ja für mich. Iiiiih. Kann Jay eine Zahl formatieren oder nicht? Okay. Lass mich nochmal bitte rechnen. Ich bin gerade nur. 6 plus 5 plus 11. Plus 3. Der Konstantin ist nicht mehr. Der Konstantin ist nicht mehr. Der Konstantin ist nie. Der Konstantin ist nicht mehr. der ist nicht mehr da, der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Das ist nicht mehr da. Ich bin schon ganz bitter. Und was ist passiert? Ich bin schon nach draußen. Hey Gentlemen, hallo und herzlich Willkommen zu einem möglichen, tollen Format! Man! Oh, ich hab zu früh geklickt. Ich bin halt wirklich einfach zurückgeblieben. Ja, aber immerhin wirst du überleben. Das ist wie eine Kakerlake, optisch und gerade hier im Game. Hen und Mutter ist eine Kakerlake. Nur weil der stinkt, kann man das ja nicht sehen. Ist aber gut hier, ey. Es gibt Regeln, der Weiße ist auch ein süßer Geschmack. Schön. Was geht? Hauptursache für Asperger. Weißt du, was Asperger ist? Nee, ich kenn nur Spargel. Ja, richtig. Asperger ist so eine spezielle Form, der, wie heißt das, wenn Kinder den nicht in die Augen gucken könnten? Autismus. Bleib hier! Ja, Moin! Die Shotgun sieht man gar nicht wieder aus. Die Shotgun sieht man gar nicht wieder aus. Ups, süß! Was ist das Ding? Oh! Bumpe! Bravo Oma! Nice! Ja! Aber ich mach das Doppeltreppchen für Pizzi. Oh, das war geil! Das war so gut, ey. Ich bin ihn ja noch nicht lustig. Ich hab mich gerade getötet. Oh! Oh my God, what a weird force. Ist doch gar nicht evil, weil der überall hängt. Das ist ein kleiner fucking Baum. Ich bin 60 Ton Patzer! Nächste Frage. Was ist das mit Witzland? Mit Bindestrich. Ich fand aber eure Buchstabenwahl dann schon interessant. Ich bin jetzt nicht aufgefallen. Nächste Frage! Schallfahnen. Schallfahnen. Oh mein Gott. Aha! Naja. War das richtig? Du kannst Schallfahnen mit dem... Nee, aber du! Alter, brauche ich nicht. Schallfahnen. Alter, brauche ich nicht. Ich bin doch nicht so wach. Sebastians Begriff. Katze. Tier. Töten. Vergasen. Weckschmeißen. Meucheln. Erdeutschen töten. Alter, hatte ich schon. That's how mafia works. Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen bei einem zu einem lüblicherweise neuen Format. Das heißt, wie gut kennst du? Und heute geht's um... Läublicher. Was mag Peter von den folgenden Sachen nicht? Zungenaufschnitt, Kaper oder Blauschimmelkäse? Schreibt man das so? Nein! Das ist doch schon so, wa? Nein! Krap! Wir haben alle eingeloggt. Ah! Moment! So schreibt man das. Nein! So schreibt man das! Oh Mann ey! Das kann nur schlecht werden. Oh, Jay ist Jester! Ja! Weißt du das? Nein! Der stand gerade... Der stand gerade hier vor... Nein! Nur weil der Jester ist. Der stand gerade vor mir und stand da einfach. Und warum kann der nicht Traitor sein? Ja genau! Und warum kann der nicht Traitor sein? Ja genau! Und warum kann der nicht Traitor sein? Nee! Weil der vorhin mit der Diegel auf rumgeschossen hat. Ja genau! Ja genau! Super blind! Halt! 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 Das Loch da bei Peter ist schon prädestiniert für den Holy-Pier. Ja! Allerdings! Allerdings muss man die auch erst mal treffen. Ja aber Christians Loch ist halt auch nochmal größer. Ja der schützt sich gerade ganz schön gut. Die ist noch relativ klein hab ich das Gefühl, aber hier gibbelt doch wenigstens so ein... Ich hab heute ganz viel neue Maps abonniert. Welch! Ne ne ne! Welch! Hup! I PUH! I PUH O comprall円! Bilo seid geil! Oh das war sehr geil! Hier gibts zu einem die! Hier gibts du ein... Oh, das war schön, das war richtig gut, das war richtig gut. Das war wirklich ziemlich geil, muss ich sagen. Boah, gute Wahl. Ich hab viel nicht mitbekommen, weil ich zu viel gelacht hab und nix mehr verstanden hab. Der muss sich das noch mal angucken. Das ist das Gute, bei diesen vollgepackten Memes mit Videos, die kann man sich wirklich sehr gut mehrfach reinziehen. Wie kurz. Das letzte war ja der Aufruf. Mir tut's ein bisschen weh. Das war wirklich unfassbar. Wir werden danach auch gucken. Und danach genau dieser Sakrileg-Move, weißt du, mit diesem Planeten und so weiter. Das war schon gut gemacht. Das war saugut gemacht, Mango. Good Job, muss ich sagen. Wir freuen uns schon auf die nächsten Videos von dir. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seht ihr das genauso? Lass es uns doch mal in den Kommentaren wissen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.